So, weiter geht's mit dem zweiten Level von The Fireman. Und ja, ich weiß nicht, was mich hier erwartet. Wahrscheinlich noch mehr Feuer. Was anderes wird ja keinen Sinn machen. Und, aua, was hat mich denn da gezoffen? Und irgendwo ist hier ein Mensch irgendwo vergraben oder keine Ahnung, in Flammen. Denn ansonsten würde ich nicht dieses Signal bekommen. Aber ich muss erstmal weiter nach rechts. Und ich muss zum Boiler Room. Weil er sonst explodiert oder sowas, keine Ahnung. Okay, noch mehr Feuer, ist klar. Ich benutze jetzt mal diesen anderen Strahl. Weil ich sonst nicht so schnell weiterkomme. Und diese Ventilatoren-Nerven, die drängen mich immer an die Wand. Okay, weiter. Okay, ja, das ist wirklich unglaublich. Ja, let's go through the inner part. Dein Wunsch ist mir Befehl. Aber was ist denn jetzt hier der Inner Part? Hm. Ich denke mal, er meint das hier. Oh, da liegt er ja. Okay, kein Problem, kein Problem. Oh, 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 oh. Ey. Ja, das ist schon ziemlich nervig. Oh, das war, glaube ich, falsch. Ne, so macht man das nicht. So macht man das. Ey, Vorsicht. Ach, nervt nicht. Okay, ich heiße Pete. Jetzt habe ich es gecheckt. Pete und Danny. Und, hallo. Hey, are you alright? Ugh. No, he blacked out. It's dangerous to stay here. Ja, bring ihn schnell raus. Und komm wieder. Mann, ist er fix. Jedes Mal muss ich mich darüber wundern, wie schnell er die Opfer wegbringt. Oh, was ist das denn? Feuerhagel. Ähm. Ja, schon ziemlich brenzlig hier. Und er macht wieder alles mit der Axt kaputt, ey. Ich glaube es nicht. Ich will auch so eine Axt. Ey. Ich weiß, ich kann dieses Feuer auch kaputt machen. Aber. Wie man sieht, bin ich nicht sehr gut dafür. Ja, ja. Bla, bla, bla. Ja, 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 komm. So. Was sind das überhaupt für Flammen, die... Wow. Die einfach über den Boden flutschen, oder was? Okay. Was ist hier rechts? Ich gehe ja immer gerne rechts erst lang. Fahrstühle, die ich nicht benutzen kann anscheinend. Also erstmal... Und, gibt's hier was? Ne. Fuck it. So. Hier rein. Und... Watch out, Danny. Let's get out of here. Ja, komm, schau aus. Wer das doch sagt. Wow. Jetzt geht's aber ab hier. Duck. Okay. Das war knapp. Aber er... Er ist von alleine. Also von alleine hat er sich geduckt. Das war ich nicht. Okay. Ich glaube, sonst wäre ich auch kaputt gegangen. Okay. Ey, wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen, oder was? Hm. Ja, weiter. Komm schon. Achso, ich muss jetzt hier rechts lang. Wieso nicht gleich so? Und hier rechts unten ist der Ausgang. Oben ist ja immer eine Karte. Die ich kaum benutze, um ehrlich zu sein. Wow. Fuck off. Wow. Ey. Aua. Au, 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 au. Die kann man auch nur mit diesem Bodensprüher kaputt machen, diese Flammen. Ja, super gemacht. Ähm. Ja, das war doch sowas von klar. So, komm. Löscht das alles hier. Hallo, Mr. Axt. Bitte löschen Sie dieses Feuer. So, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Wow. Gut gemacht, Danny. Da muss ich dich loben. So, jetzt. Achso, ich muss erst hier nach oben und dann nach rechts. Ja. Äh, Danny, watch out. There are containers flying around. Okay. Oh, fuck off. Ha. Das geil ist, er warnt ihn und ich falle es auf rein. Das ist ja gar nicht nett. Oh, 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 oh. Ich darf nicht verlieren. Oh, verdammt. Hab ich nicht gesehen. Ich hab so das Gefühl. Nein, verdammt. Sackgasse. Und gleich taucht wieder von irgendwo ein Container auf. Ja, das war klar. Hallo, ey, außen nichts. Das ist irgendwie unfair. Ja, und er kann natürlich allem ausweichen und verliert überhaupt keine... Autsch. Energie. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich in hier. Geil, 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 geil. Und überall fliegen diese fucking Container rum. Das war's. Das war's. Oh, verdammt. Komm, 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 komm. Da ist wieder so ein Container. Und dann muss ich flüchten. Wenn's zu groß wird. Ich frag mich, warum es überhaupt größer wird. Und wieso ist es auf einmal schon kaputt? Das war ja ziemlich ärgerlich, dass ich gestorben bin. Naja, egal. Pete, Danny, can you hear me? Yeah. Ja, 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 ja. Der Architekt ist hier und gibt mir jetzt Infos über den Aufbau dieses Gebäudes. Denk ich mal. Oh, Mann. Komm schon. Wieso kann ich das nicht wegzucken? Wieso kann ich das nicht wegzucken? Das ist so ärgerlich. Was ist mit meinen Wasserbomben da rechts unten los? Wieso wippen die so nach rechts und links? Komm, das muss ich mir jetzt noch anhören. Sonst kann ich nicht Schluss machen. Ich hoffe, es reicht für einen Teil. Also, ich hoffe, ich kann es alles in einen Teil packen. So hab ich das gemeint. Ansonsten schneid ich das raus. Da fällt mir gerade ein, ich hab mir das noch nie durchgelesen, was die hier labern. Und auch die Story am Anfang. So, okay. Ich mach jetzt hier Pause. Also, bis zum nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.